Stich in den Meeressand, komm, steig bei Sunlight ein. Und spür... Sunlight I67 S. Ein vollintegrierter... 6,98 Meter, also ein 7-Meter-Mobil. Aufteilung mit der Sitzgruppe vorne. Diesmal nur ein kleiner Notsitz für die Füße, für den Beifahrer. Ein Hubbett. Helles Dekor überall. Eine Eckküche. Das Bad ist auf der anderen Seite. Und hinten haben wir ein Längsbett auf 7 Meter. Klar, das geht dann zulasten von Schränken. Es ist wieder möglich, einen Herd einzubauen. Und natürlich den Kühlschrank. Und wenn ich sage, es geht zulasten von Schränken, ihr habt dann die Schränke quasi unter den Betten. Also ein Teil des Bettes ist natürlich unterbaut durch die Heckgarage. Aber einen richtigen Kleiderschrank findet ihr hier nicht. Das Ganze wieder im Weitwinkelflug. Und ihr seht schon... Hier gibt es ein paar Haken und Ösen im Sinne des Wortes. Ich bin eben schon gestolpert. Vorne aus der Fahrt gibt es eine Stufe. Ihr seht das schon. Und nach hinten gibt es noch eine Stufe. Also man muss da schon mal ein bisschen schauen. Tolle Sache ganz zum Schluss. Neben der Eingangstür gibt es mal eine Klappe für die Schuhe. Leute, das müsst es viel öfters geben. So, und dann nehmen wir uns noch den Sunlight T69L vor. Das ist das neue Mobil. Sie haben ja ein Jubiläum und dementsprechend ein schwarzes Dekor. Also sieht ein bisschen anders aus, sieht stylisch aus. 60.000 Euro. Große Heckgarage. 7,40 Meter. Also ein ganzes Stück länger als der vollintegrierte. Dann gehen wir mal rein. Eine Sitzgruppe, die den Namen auch verdient. Der Beifahrer hat noch einen Notsitz. Der natürlich dann auch im Rahmen dieser Sitzgruppe für Gäste sorgen kann. Kleinen Moment bitte. Wir haben wieder eine Eckküche. Und nach hinten ein großes Bett. Ja, hier haben wir natürlich jetzt auch ein ganzes Stück mehr Länge. Auch hier die Möglichkeit, ein Backofen, eine Küche. Helle Dekore. Und wie ihr schon seht, ich stehe jetzt vorne im vorderen Bereich des Wohnmobils. Über mir ist ein Hubbett. Und ja, das hat natürlich ein bisschen weniger Kopffreiheit zur Folge. Aber man muss das Hubbett ja nicht mitnehmen. Also wenn du zu zweit fährst und nicht unbedingt die Enkelvilla mitnehmen willst, der kauft es einfach ohne Hubbett. Ansonsten lässt sich das natürlich dann auch mit Hubbett und mehr Schlafplätzen nutzen. Schön ist, ich habe hier wieder die Möglichkeit abzutrennen. Dementsprechend habe ich eine Zweiraumwohnung. Gehen wir mal hinter ins Bad und ins Schlafzimmer. Das ist ein Queensbett. Dieses Queensbett hat nicht ganz so harte Rundeecken wie vorhin. Das hat aber zur Folge, Achtung, wir kommen hier runter. Das ist an der Badtür eng wird. Aber man kann die Badtür natürlich auch zur Seite schieben. Dann wird das Ganze etwas geräumiger. Auf der Toilettenseite geht das logischerweise nicht. Also die Toilettenwand lässt sich natürlich nicht versetzen. Wer also auf der Seite ins Bettchen will, der muss hier von der schlanken Natur sein. In Summe dann das Bad auch nicht so geräumig. Was mir jetzt hier nicht so gut gefällt, ist, dass man das Bad nur mit einem Vorhang nachher komplett vom Schlafzimmer nochmal trennen kann. Also wer auf Toilette geht, macht logischerweise die Tür zu. Und dann ist nach vorne offen und dann könnte man allerhöchstens noch den Vorhang davor legen. Und auch hier eine Schuhklappe an der Tür. So, da ist ja der neue Contura 760 F. F wahrscheinlich für Fiat. Seid nicht allzu enttäuscht. Alle, die schon Bilder gesehen hatten auf Daimler-Basis, die warten natürlich drauf, dass er als Daimler kommt. Aber er steht hier auf der Messe nur als Fiat-Fahrzeug, also auf der Fiat-Basis. Aber ich habe mir sagen lassen, er ist für beide Typen entwickelt worden. Und dementsprechend stirbt die Hoffnung zuletzt, dass man den auch noch auf Daimler sieht. Wenn die Herren mich mal da reinlassen. Dankeschön. So, dann gucken wir uns den mal an. Er ist ja groß angekündigt worden und ich muss ehrlich sagen, erster Blick, ich war noch nie drin. Das sieht doch schon ganz nett aus. Also hell, Licht, die dunklen Dekore der Schränke passen hervorragend zu den hellen der Sitzen oder der Arbeitsfläche an der Küche. Auch hier wieder eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Das war ja angekündigt gewesen. Den Tisch kann man in der Mitte auseinanderklappen. Und die Küche, die gliedert sich direkt nahtlos an. Also wirklich eine feine Lösung und sehr attraktiv. Und nach hinten haben wir dann logischerweise das große Längsbett. Bei 7,60 Meter ist es ja kein Problem, das Ganze zu integrieren. Und da gehen wir auch mal hin. Großzügig gestaltet. Ihr habt unter den Stufen nochmal die Möglichkeit, Kleinigkeiten zu verstauen, Schuhe etc. Jetzt lege ich mich mal ins Bett. Eurer wird es mir verzeihen. Und ich habe schon wieder Gäste hier. Also, ihr seht schon. Klar, mit der Weitwinsel sieht das noch größer aus. Die Dusche, auch hier, wirklich großzügig. Wir haben die Möglichkeit, die Tür der Toilette als Raumtrenner wieder zu benutzen. Und dann schauen wir mal in die Toilette und ins Bad. Auch hier, die dunklen Dekore, sieht spannend aus. Ich habe noch einen kleinen Schrank, aber wirklich nur einen kleinen Schrank, neben dem Bad. Hier hat man mehr Wert gelegt auf den Wohnraum. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Das Schlafzimmer und auch das Bad sind jetzt nicht so üppig. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ich zeige euch das Ganze aus der Richtung. Junge Mann, Vorsicht! Also, das ist wirklich ein großer Wohnraum hier vorne. Hier kann man bequem auch mit ein paar Freunden klönen oder auf Fahrer- und Beifahrersitz sitzen und die Füße hochlegen. Fällt mir sehr gut. Der Fernseher lässt sich rausnehmen. Ansonsten bringt er wahrscheinlich immer dieses Feuer, das hier läuft. Nett, echt nett. Bleibt natürlich die Frage, kommt er auf Mercedes-Basis oder war das im Endeffekt nur ein Produktcheck? Auf den Bildern, die ja schon veröffentlicht worden sind, die zum Teil im Internet auch herumgeisterten, war er ja zu sehen als Mercedes-Basis. Und da haben schon viele gejubelt, euer Mobil kommt wieder mit Mercedes. Ich habe das jetzt so rausgehört, dass das nicht abgetan ist. Also, würde mich nicht wundern, wenn es nicht lange dauert und wir tatsächlich diesen Modelltyp auf Mercedes-Basis noch sehen. Sehr gelungen. So, hallo Herr Siegel. Hier haben wir den 570 HS. Der war ja auf der Händlerveranstaltung, der Presseveranstaltung von eurer Mobil nicht zu sehen. Jetzt ist er da, auch mit dem Dekor Ocean. Es ist der altbekannte Grundriss. Wir haben vorne einen Alkofen und hinten die Hecksitzgruppe. Und ja, dieser lichte Dekor, diese hellen Farben, dieser Strandlook. Also, man sieht das ja schon an den Dekos, die hier so rumhängen. Hat schon was. Sieht gut aus. Macht Spaß. Macht das ganze Wohnmobil Jugendliche. Nach vorne nochmal. Also, ich glaube, die Aufteilung, die brauche ich euch nicht zeigen. Der Typ hat sich seit Jahren nicht verändert. Das ist ein Standardmodell und sehr beliebt. Früher hat man mal ganz boshaft gesagt, das ist ein Sondion-Modell. Ich glaube wirklich, das ist eine sehr schöne Lösung mit Hecksitzgruppen. So, jetzt nochmal zu den vollintegrierten. Wir haben den 695QB, also Queen's Bed. Und den hatte ich ja schon mal präsentiert in meinem eurer Mobil Video. Dieser Clip geht jetzt in den Ohnenwald. Ich bin ganz gezielt gefragt worden, wie sieht das eigentlich aus hinten mit dem Queen's Bett und dem Bad. Ja, schauen Sie sich das mal an. Das ist nicht ganz so einfach. Wenn das Queen's Bett komplett ausgezogen ist, dann ist das schon sehr eng an der Dusche. An der Dusche ist es ja noch, naja, ich sag mal machbar. Aber wie sieht es dann eigentlich nachts aus, wenn man aufs Klo muss? Ja, also da sehen Sie auch, geht überhaupt die Tür zu? Ja, sie geht zu. Also wenn ich die Tür jetzt hier zumache, das hat man extra so konstruiert, dann hat man tatsächlich seine Anonymität. Man kann sein Geschäft machen, ohne dass der Partner einem dabei zugucken muss. Also insofern alles im grünen Bereich. Also insofern alles im grünen Bereich.